so leute wir sind im theisner freibad und zwar zum edelstahlsee wie ihr das seht und wir haben ein bisschen langeweile weil halt nicht so viel los ist heute das wetter ist zwar schön aber sehr windig und da haben wir gedacht wir machen eine neue rubrik elton testet wisst ihr ja so und darum geht es heute schaut mal her das ist eine peperoni das ist wasser das ist milch das ist elton wir gucken mal dass das auch der echte ist so elton bist du bereit ja alles klar elton wir das ding jetzt essen ja und wir gucken wie es schmeckt wie ist es ja das war so schön es schmeckt sehr hast du durst ja was willst du wasser noch hinterher ich glaube wasser verschärft hast du das gewusst eigentlich wird es noch mal machen nein reicht es für heute willst du feierabend haben kannst du abhauen so und das ist natürlich für radiozeit oder das genau so also normales anders bleibt hart und geschmeidig genau okay tschüss bis nachher